Das Pollinger Unternehmen Baubast expandiert im Welser Gerstlhaus und präsentiert alles rund um Fliesen in einem nagelneuen Schauraum. Alles was mit dem Thema Platten und Fliesen zu tun hat, egal ob im Innen- und im Außenbereich, sind wir der richtige Ansprechpartner. Und wir schauen, dass wir auch hier in Wels Fuß fassen und auch hier die Kunden zufriedenstellen können und top betreuen vom Anfang bis zum Schluss. Eröffnet wird der Schauraum am 27. und 28. April mit einem Tag der offenen Tür, sowohl in Wels als auch in Prolling. Der Fliesenleger Meisterbetrieb mit über 40-jähriger Erfahrung bietet eine riesige Auswahl von Qualitätskeramik und Natursteinen. Mit ausgebildeten Fliesenlegern liefert Baubast alles aus einer Hand. Im Gerstlhaus befinden sich Professionisten rund ums Bauen und Renovieren. Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.